Mein Name ist Alexander Weinhardt und ich kandidiere für die Partei Die Linke in Seeheim Jugendheim für die Kommunalwahl 2021 auf Listenplatz 1. Sehen Sie das hinter mir auch? Ein Hausdach völlig ungenutzt? Dazu gibt es Alternativen, zum Beispiel Solarpanel oder natürlich könnte man im Wald rund um Seeheim auch Windkrafträder installieren. Denn wir wollen eine hundertprozentige Versorgung mit regenerativen Energien für die Zukunft von Seeheim Jugendheim. Untertitelung des ZDF, 2020